Wachstum und Digitalisierung Die Deutsche Bahn wächst, gleichzeitig gehen viele Mitarbeiter in den Ruhestand. Bis 2023 will das Unternehmen 60.000 Menschen neu einstellen. Besonders gesucht, Lokführer. Die Bahn will Medienberichten zufolge in diesem Jahr 19.000 neue Beschäftigte einstellen. Darunter sind allein über 1.000 Lokführer und Lokführer-Azubis, sagte Bahnpersonalverstand Martin Seiler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In der Gesamtzahl enthalten sind 4.000 Auszubildende und Dualstudierende. Gründe für die zahlreichen neuen Anstellungen seien das Wachstum und der digitale Ausbau des Konzerns. Zudem gingen viele Kollegen in den kommenden Jahren in Ruhestand. Laut dem Bericht hat der Konzern in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 60.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Es fehlten vor allem Lokführer, sagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, Klaus Weselsky, der Funke Mediengruppe. Aktuell fehlen bundesweit mindestens 1.200 Lokführer. Immer wieder fielen deshalb Züge aus. Oft wird der Mangel auch durch Überstunden ausgeglichen, sagte Weselsky. Quelle Doppelpunkt Deutsche Presseagentur